Liebe Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, ich bin hier gerade auf dem Weg nach Königstetten, um meine ersten Unterschriften für die Kommunalwahl, also für meine Liste, persönlich abzuholen. Die Liste heißt ja Achim Weidner, ihr Stadtverordneter. Und neben dieser schönen Anerkennung für mein Engagement zum Erhalt der GERD-Hauptmannschule, kann ich Ihnen natürlich auch mitteilen, dass mein Wahlkampf emissionsfrei läuft, denn wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs, nicht nur beim Stadtradeln, sondern auch das ganze Jahr über. Also Fahrradfahren in Rüsselsheimer ist eine super Sache und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie mich natürlich wählen würden im nächsten Jahr, am 6. März, aber auch auf jede Unterschrift, die ich gerne persönlich abholen werde. Telefonnummern sind bekannt. Schönen Tag, tschüss.